Es wird ja sehr viel über Prozessautomatisierung gesprochen. Wir wollen aber mal auf Fragen eingehen, die etwas seltener gestellt werden, aber trotzdem natürlich relevant sind. Danke, dass du dir Zeit nimmst, Hansjörg Süss. Kaum habe ich die wichtigsten Geschäftsprozesse automatisiert, entwickelt sich die Technologien schon wieder weiter. Wie kann ich überhaupt Schritte halten? Selbstverständlich entwickeln sich Technologien wie auch Geschäftsprozesse laufend weiter und das ist auch richtig so. Jetzt bei der Auswahl der Automatisierungsplattform sind zwei Aspekte ganz wichtig. Der erste Aspekt ist, es muss eine Plattform sein, die auch erweiterbar und skalierbar ist. Der zweite Aspekt ist, in einem Fall von einem Plattformwechsel muss sie auch migrierbar sein. Das sind die technologischen Aspekte. Denn wenn man einen neuen Geschäftsprozess automatisieren will, muss die Plattform die Möglichkeit bieten, eben auch neue Geschäftsprozesse abbilden können. Und allenfalls bestehende Geschäftsprozesse natürlich auch anzupassen können. Und das muss möglichst flexibel und in der heutigen Welt natürlich agil funktionieren. Schadet diese ewige Automatisierung nicht meiner Unternehmenskultur und vor allem meinen Mitarbeitenden? Selbstverständlich, gerade das Automatisierungsprojekt verändert die Art und Weise, wie wir kommunizieren miteinander, aber auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Das sind zwei wesentliche Aspekte, die bei den Mitarbeitern auch durchaus Ängste auslösen. Jetzt was ganz wichtig ist bei einem Automatisierungsprojekt, dass das eben begleitet wird. Das ist ein Change, der durch das sogenannte Organisational Change Management begleitet werden muss. Das ist ein wichtiger Aspekt in so einem Projekt, weil man dort Mitarbeiter abholen kann und sie auch einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Projekts beitragen können. Denn sie müssen verstehen, dass ein Automatisierungsprojekt nicht unbedingt dazu führt, dass hier einen Arbeitsplatz verloren geht, sondern dass sich der Arbeitsplatz insbesondere verändern wird und möglicherweise gewisse repetitiven Tätigkeiten in mehr kreative Tätigkeiten überführt werden. Interessant. Du hast doch Erfahrung. Gibt es eigentlich Prozesse, die man nicht automatisieren sollte? Und falls ja, welche wären das? Ja, also natürlich gibt es Geschäftsprozesse oder generell Prozesse, die sich nicht gut automatisieren. Ich glaube immer dort, wo die Interaktion zwischen zwei Menschen ein wesentlicher Aspekt ist, zum Beispiel bei Schulungen, aber auch bei einem Recruitingprozess, wo es darum geht, in einem Jobinterview zu spüren, was ist das für ein Mensch. Ich glaube, das lässt sich nicht automatisieren, auch über längere Zeit noch nicht. Also dort muss man, glaube ich, hingehen und sagen, welche Geschäftsprozesse eignen sich denn effektiv zum Automatisieren? Und es wird immer wieder Geschäftsprozesse geben, die sich nicht automatisieren lassen. Und das ist auch richtig so. Die Technologien sind ja auch immer anfällig für Störungen. Was mache ich eigentlich bei Ausfällen? Auch eine sehr gute Frage. Wenn man natürlich hochgeradig automatisiert, dann sagst du richtig, oder? Dann wird das auch störungsanfällig. Dort empfehlen wir halt, wie näher, dass der Geschäftsprozess, den wir automatisieren, an einem Kerngeschäftsprozess nachkommt, dass man dort ein sehr gutes Backup-Konzept auf den Weg bringt. Dass die Systeme unter Umständen sogar redundant ausgelegt werden. Das heisst, dass man in einem Notfall auch auf ein Backup-System switchen kann und die Automatisierung in diesem Sinne eigentlich durchläuft. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch, dass die darunterliegende IT eben natürlich auch die Ausfallsicherheit zur Verfügung stellt, die dann die Plattform obendrauf aufsetzt. Das stimmt. Die ganzen Regulatorien belasten meine Organisation jetzt schon. Gibt es rechtliche und regulatorische Implikationen aus einer Automatisierung? Absolut. Gerade in hochregulierten Industrien, nehmen wir die Finanzindustrie oder auch die Pharmaindustrie, ist das natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Dort gibt es viele Compliance-Anforderungen, die jederzeit sichergestellt werden müssen. Zum Beispiel die Nachvollziehbarkeit. Ganz im wesentlichen Aspekt. Hier gibt es natürlich im Rahmen von Automatisierungsprojekten Möglichkeiten wie Auditrail, wo man eigentlich zur Basis möglicherweise Daten rückverfolgen kann, woher kommen dann die, die in so ein Automatisierungsprojekt hineinfliessen. Unsere Spezialisten sind geschult darauf, gerade im Life Science, also im Pharmaumfeld, um eben jederzeit sicherzustellen, dass die Compliance-Anforderungen auch im Rahmen einer Automatisierung sichergestellt werden können. Und das ist meiner Meinung nach einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. Spannende Insights. Danke vielmals, Hansjörg Süss. Sehr gerne. Danke vielmals.